Seit Beginn der Zeit gibt es Vampire. Und dann gibt's da noch mich. Jupp. Stream Team TV mit mir und Mario Lopez im Käfig. Den mache ich fertig. Die Gleiten und Folgen. Steven Rectors Leute haben angerufen. Er und seine Frau haben das Stream Team auf sein Anwesen in Mexiko eingeladen. Um über seinen krassen Botschafter-Deal zu quatschen. Wer zum Teufel ist der Kerl? Ihr habt keine Ahnung, in welcher Scheiße ihr steckt. Ihr seid gewarnt. Was, wenn der Kerl recht hatte? Und diese Typen hier sind böse. Alles wird gut, okay? Willkommen, ihr Lieben. Green des Online-Shopping. YouTube-König. Social-Media-Göttin. Nein, bitte nicht. Ich bin keine Göttin. Ich weiß gar nicht, warum das die Leute ständig sagen. Da kommt ein Ping von unten. Sie warten auf David. Hier verlasse ich dich. Wo ist David? Hallo? Jesus. Jack? Jetzt komm schon mit, bevor es zu spät ist. Games. Das war gestern klein. Willkommen zum Rest deines Lebens. Bist du bereit? Komm her, Blutschleuder. Das hatten wir so nicht unterschrieben. Genau so ist es, Baby. Na komm, los geht's. Vampir-Zeit. Ist das cool. Wir können uns jetzt zapchlegen. Untertitelung des ZDF, 2020